Die Punkte, die die Leute am meisten inspiriert geflasht haben, waren eigentlich die Dinge wie die Prozessdiagnose, dass ich jetzt eben zusätzlich zu meinen Diagnosen, die ich überhaupt im System schon habe, jetzt auch eine maschinenapplikationsspezifische Diagnose hinzufügen kann. Das Arbeiten zusammen im Team an einer Software. Die anderen Themen waren das Thema Openness, um eben ferngesteuert über Generatoren schnell standardisierte Programme zu erstellen.